Dies ist ein Test des Rode Filmmaker Kits. Das System besteht aus einem Sender, Empfänger und einem Ansteckmikrofon. Die Besonderheit ist, dass es sich hierbei um eine digitale Funkstrecke handelt. Das bedeutet, es werden Einsen und Nullen übertragen und die Störungsanfälligkeit ist fantastisch gering. Ich habe bis jetzt viele Aufnahmen damit gemacht und war immer zufrieden. Es gab kein Rauschen, keine Einstreuungen von irgendwelchen Knackgeräuschen oder ähnlichem. Vorher habe ich mit einer AKG-Funkstrecke gearbeitet, die bei weitem nicht zerstörungsfrei war. Das System knackte und rauschte und man musste schon ein bisschen Glück haben, um damit gute Aufnahmen machen zu können. Das Rode System arbeitet mit 8 Kanälen. Es können also 8 Sender und Empfänger in einer Location genutzt werden. Dies ist sehr sinnvoll, wenn man größere Diskussionsrunden aufnehmen will. Ich bin mit dem Handling, der Technik, der Übertragung mit allem super zufrieden. Und kann das System nur weiterempfehlen.